Ja, und ja, der Fußmatte macht ja da was vorne. Naja, da vorne, der Vatersitz da. Guck mal, der macht das alles hoch. Ja? Warte, warte, ich muss das mal kurz aufnehmen. Alter. Das ist ein Türke. Das ist egal, welche Nationalität, das ist halt ein Autohändler. Das ist halt Fahrzeug-In- und Außenreinigung. In Facebook haben sie es mal berechtigt, dass das eine Frau gemacht hat. Aber dass das jetzt ein Kerl macht, das habe ich noch nie gesehen. Ja, vor allen Dingen, weißt du, wo das Wasser überall hinspritzt? Ja. Über die Amaturen rüber, alles. Nein. Du kannst das wegschmeißen. Okay. Ich bin immer gespannt, ob der wieder anspringt. Was ist denn das? Das ist ein Almera, ja, ne? Ja, das ist ein Nissan Almera. Frisch gereinigt. Fahrzeugzustand wie neu. Riecht auch so. Okay. Sorry. Auch nicht schlecht. Das ist ein Scherz, oder? Nein. Die einzige versteckte Kamera hier bin ich. Die einzige versteckte Kamera hier bin ich. Die nächste Pause.